Moin, Susanne. Dobrigehen, Alfred. Wie immer, Reis? Wie immer Reis. Wollen Sie reinschauen? Oh Gott, das Film geschmuggelt wird woanders. Öffnen? Die Grenze? Europa braucht uns nicht mehr. Ich hoffe, ich war nicht so laut. Das sind nur die Vorbereitungen für den Abriss nächste Woche. Abriss? Hat die Litern 20 im Falle der Bedrohung der öffentlichen Ordnung keine Mitgliedstaat der Europäischen Union und seine Binnengrenzen oder Grenzkontrollen einführen? Ja. 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 Ja.